Hallo Geil Also ich bin schon auf deinem Kanal auf jeden Fall Legende Legende Ja So Es geht ab hier Geil Oh yeah Oh yeah man Oh scheiße Ich muss Auf jeden Fall Ich muss dein Stream stumm schalten Klinge richtig hässlich Ja Okay So rein ins game Es geht ab So Nice Nice Ich mache auf jeden Fall hier mal Gerade Auf jeden Auf jeden Fall Kanalpunkte jetzt bei dir Alter Kann ich das Warte mal ganz kurz Warte mal Ich muss mal gerade ganz kurz Was machen Pause Mach das doch weg Ja Wollte ich gerade sagen Ne Ich glaube nicht Ich bin sofort da Okay 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 Wo muss ich jetzt hin Achso ich muss hier rein gehen Okay Okay ich bin ready Okay ich bin ready Mister Okay wir sind die Starforce Bruder Das sieht ganz komisch aus Ja Das sieht ganz komisch aus ja Ähm Bei mir ist C Ah ne X X ist bei mir Besser ist Ja doch Okay okay also nicht Ja warte okay warte pass auf warte mal Verdammt wo ist mein Schild Okay Ich hab Angst Ich seh halt auch nix Ist das grad übelst am lecken alter Okay wir Ahja ja man Okay ich glaub wir müssen hier rein Hier sind Schüsse äh Warte War da ne Bombe? Alter Ja ja hab ich dir gemeint Ja Und da hat jemand an die Tür geschossen auf jeden Fall Was Warte mal Warte mal Warte mal Ähm Dann geh ich mit Schild voran Ja Ich glaube links Könnte was sein Ich geh mal links Guck Bist du hinter mir? Guck nach rechts Siehst du rechts was? Okay Jetzt ne Tür Alter das ist richtig beschissen alter Geh Okay Ja 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 Hier sind so viele Türen Äh Ich werd beschossen Hab einen Es sind noch mehr Es sind noch mehr Ich hab ihn Zwei down Ich glaub der lebt noch Bist du hinter mir? Ich hab dich Ja 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 Gut ich hab das Scheitsschild Okay ich geh weiter ja Ne ich kann nicht ich hab das Schild ja in der Hand Ich hab Angst, ich hab Angst, dass der mich dann abknallt. Der lebt doch glaube ich noch, alter. Hast du gemeldet? Hier ist keiner, ich hab was gehört, ich will jetzt nicht sehen, ob du das warst. Sei mal ruhig. Das ist ein bisschen kackig, ich hätte gerne das Pfefferspray statt der Pistole, alter. Mo! Oha! Oha, du hast mich gerettet. Das war knapp. Okay, okay. Okay. Gut, dass ich da nicht weitergegangen bin. Das hätt's gebumst. Auf jeden Fall. Jetzt BAMGA! Nein. Warum? Aber es kann sein, dass ich... Okay. Ich bin auf jeden Fall... Mein linker Arm ist rot. Okay. 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 Der ist einer! Nur wegen der Flashback lebe ich noch. Polizei, Hand auf! Na ja, ist doch gut. Vor allem habe ich die ohne Zielen einfach abgeknallt. Das muss man auch erstmal schaffen. Kannste nicht. Ist das eine Tür? Willst du gucken? Bist du sicher? Waren wir hier? Waren wir hier? Beinprothese, das ist schon lustig. Das ist der Club der Krüppel. Ja. Okay. Willst du unter der Tür gucken? Wo? 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 Ich habe Pfefferspray. Alter. Ich habe Pfefferspray, Alter. Warte, pass auf. Weg! Oh, scheiße! Ja, ich habe nur dich getroffen. Okay. Okay. Der ist unter uns. Der ist 100% unter uns. Wie letztes Mal. Das kommt mir bekannt vor. Bist du da? Boah, ich habe so Schiss, ne? Ich kann hier nicht weitergehen. Ah, jetzt. Was zum Fick. Ja. Ah, warte mal kurz. Geil. Ich hatte die ganze Zeit den Stream aus. Also. Ja, bei mir war das auf Pause. Aber ist egal. So. Es geht weiter. Ah. Aber wo ist der dann? Kann man den... Fahrstuhl kann man nicht aufmachen. Ja. 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 Ich habe ein Schild. Boah. Headshot. Bro. Ja. 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 Ich bin ja hier. Ja. 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 Ich habe einfach eine Tür eingetreten. Ja. Ja, ja. Ich wollte gerade ins Badezimmer gucken. Scheiß Fernseher. Scheiß Fernseher. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht wo du bist. Ach da. Ah! Hier ist einer. Der ist hier. Hier. Vor mir. Einfach in dem Raum drinnen. Geradeaus. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der kommt von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Der kommt von hinten. Scheiße. Der hat mich von hinten erschossen. Der Wichser. Hast du den? Der kam auf jeden Fall von hinten. Der kam von hinten. Der kam auf jeden Fall von hinten. Fick. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Das sind doch viele, ne? Ja. Der Roboter. hast du den erschossen der jetzt vor dir liegt alter scheiße wie viel aber auch geisteskrank geht gar nicht kannst du klicken das wird nicht funktionieren dann müssen wir ja dann müssen wir auf jeden fall f ist auf jeden fall besser spielen auf jeden fall ja das stimmt aber auch echt wir haben echt reingehauen ich wollte den das schlimme ist ich wollte den flankieren und dann ist das problem passiert dass ich das schild weg hatte ich wollte so mit dem so schnell rumlaufen und dann stand er auf einmal vor mir und schießt mich platt ja 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 auf jeden fall ganz schön krass ja we made it not start eigentlich dass wir durch sind und scheiß das auf jeden fall eine geile waffe gehabt kann man die helmkamera anmachen guck mich mal an habe ich auch so was auf dem kopf ja auf immer über dem ah geil ok von wo von wo war die schüsse ja aber wo bist du da ja 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 Ich habe ihn nicht gesehen, Alter. Fuck. Mann. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe nicht aufgepasst. Bist du auch tot? Sehr gut. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen, ja. Okay. Okay. Vielen Dank. Ich sehe so lange die Tür hier. Lass mich vorgehen. Lass mich vorgehen. Ja, ja. Ja. Nein, ich wollte die Tür zu machen. Ich mache jetzt auf und gehe rein. Okay. Mach was du meinst. Ja, ich weiß. Die Zivilisten kann man nicht mehr fesseln. Okay. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht hier. Guck. Geht nicht. Ich lauf einfach mal durch. Die schießen einfach durch die Wände, Alter. Du hast es gesehen. Kommt der von vorne. Scheiße. Ah. Da hat er mich gekriegt. Ficken. Geil. Okay. Ja. Du musst mich vorgehen. Du musst mich vorgehen lassen. Wenn ich... Ich habe ein Schild. Okay. Ja. 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 Na ist egal. passiert. Frage ist halt, ob wir es versuchen sollen, die zu töten oder... Tür ist auf. darum. Nee. Hier rein. Ja. Das sind logisch. Ah ja. Ichий. Jetzt bin ich Bill german, was machst du ihn jetzt noch? wieder zu. Okay. Ich geh rein. Mach sauber, ich geh rein. Links ist sauber. Hier ist keiner. Bist du tot? Dahinter ist einer. Ich habe gerade Geisel erschossen. Ich habe Gott sei Dank daneben geschossen. Ach, das bist du. Alter, ich dachte, das ist... Sorry. Sorry. Ja, ja. Ich mach die Tür zu Scheiße Oh Geisel ist tot Ah ne ist keine Geisel Die zwei bei mir kannst du auch covern Konnte ich eben nicht Okay ich geh weiter Wahnsinn wie viele das wieder sind Alter Ja scheiße Hier geht's raus Da ist einer Ich blute stark Ich blute stark Bastard Down Alter das gibt's nicht Man Man ist einfach so schnell tot Ja ok Ja hast recht Der war eben links Oh gut Sehr gut Tja Ja klar Glaubst aber nur du Ja wenn die auf mich rollen Ballern alter Baller ich die auch über den Haufen Gar Wahrscheinlich bei der Geisel Alter Ah ok Ja das ist das Problem Ich bin Ich gua Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin He segue ig Vielen Dank. Ich habe Pfefferspray. Ich will es mal probieren. Da ist keiner, Alter. Pass auf, da ist einer. Ich gehe rein. Der steht immer noch. Kann ich reingehen? Die Tür ist zu. Ja. Ich cover dich. Erst auf die Kleine. Gehe ein bisschen weiter weg. Copy, clean house. Ich habe letztens ein Video geguckt über Cheaten, Alter. Viel zu hart. Da ging es hier um dieses Tarko. Alter! Es ist doch nicht wahr! Du kleiner Hund! Bist du hinter mir? Er ist hinterm Tresen. Hinterm Tresen. Noch einer! Der hat mich durch die Tür erschossen. Hinter... Hinter... Hinter mir! Alter, was? Ich könnte jetzt sagen, was das für Wasserwürfel sind. Nein. der hinter der tressen lebt immer noch also glaube ich zumindest ich glaube nicht dass ich ihn getroffen habe könnte aber doch sein aber ich glaube nicht immer davon aus dass er noch lebt das war ich auf jeden fall vorsichtiger aber nichts gebracht das habe ich eben nicht gemacht ja crazy Ja, ja. Arno Dübel, no way. Der ist so lustig, der Typ, ne? Gewesen. Ich war richtig traurig gestern. Der hat ein... Auf jeden Fall. Der war auf jeden Fall ein Meme. Ich glaube, der hatte Krebs. Das habe ich auch gesehen. Hast du das Video auch gesehen? Alter. Diese. So, ne. Das war ein anderer Typ. Nee, mach zu Ende. Für die Punkte. Wir müssen ja auch mal irgendwann mal Punkte kriegen. F. F minus. Bam! Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Ich glaube, ich hätte die schon erschossen. Aus Reflex. Weil die so beschissen da standen. Aber ist das verwinkelt, Alter. Weißt du, was krass ist? Was so echte Polizisten für Arbeit leisten. Ich glaube, du bist so echtiger als so ein SWAT-Typ und musst durch so eine Tür... Ich hätte jetzt gelacht, wenn jetzt noch einer gekommen wäre, die ich erschossen hätte. Ich weiß es nicht. Ach, du hast recht. Ich glaube, wir haben einen Begriff auf dem Weg, ich glaube, ich habe einen Begriff hier. Wir brauchen einen Medik, ASAP. Copy. EMT. Haha. so we cringe mommy Aber wo? Wo sind die Maumis? Fällt sich auch draußen? Fällt dir? Ich höre. Das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren. Ich weiß, du bist in einem hellen Ort, aber es ist jetzt alles vorbei. Ja, das ist halt Illy XS. Das war das Posit... Das ist krass. Du hast gute Arbeit gemacht. Danke. A ist in Ordnung, Alter. Crazy. Mahlzeit. Hat geschmeckt? Geil. Ich hatte mal ganz kurz zwei Zuschauer, aber das war's. Ja, ja. Seitdem ich da aus dieser einen Gilde raus bin von diesem NFT-Kram habe ich auch keine Follower mehr. Die sind mir alle entfolgt. Hahaha. Alle. Ja, ja. Das war schon eine geile Zeit. Die haben mich schön gepusht, Junge. Egal. Scheiß auf die. Ich hol mir mal eine andere Waffe, Alter. Alter. Das ist richtig. Mhm. Du Freak. Wo hast du die hier? Ich habe glaube ich auch AP. Ich habe auch AP Munition. Hier steht was von Pepper Ball Munition. Hier steht was von Pepper Ball Munition. Du hast ja auch einiges geleistet. Du hast ja auch einiges geleistet. Haha. Das war am geilsten mit Calvin, Alter. Mit Calvin. Ah. Ah. Irgendwie schon. Du Alter. Nein. Tatsächlich nicht. Okay. Das klingt nice. Ich hab mir so in die Hose geschissen bei dem Game. Das war übel. Ich hab mir so in die Hose geschissen bei dem Game. Oh. Aber wie findest du meinen Avatar? Es ist ja okay. Ich hab mir so in die Hose geschissen. Ich hab mir so einiges gemacht. Ich hab mir so in die Hose geschissen. Stalki! Nee, nee, ich habe mir das gekauft. Sonst hast du dieses... Dieses, wie heißt das? Doch, doch, aber dann hast du dieses Wasserzeichen oben drüber. Und das kann sein, das kann gut sein. Ich habe auch bezahlt, 18 Euro. In my head... In... In my head... In my head... In my head... In my head... Bist du eigentlich... Hast du was mit dem 11. September zu tun? Werde ich nie vergessen. Let's über Legende. Oha... Guck! In... Vielen Dank. Fünf. Ja, dann los. Den schieße ich über den Haufen. Was ist das? Alles nur? Vielleicht probieren die gerade Sachen aus. Ach krass, der hat die gleiche Waffe jetzt. Suspects have a foothold in. Hm? Keine Ahnung. Nein. Ja, ja, da oben. Wie kann ich... Kann ich die Munition ändern? Ich hab doch AP Munition mitgenommen. Oder auch nicht. Okay, dann muss ich jetzt mit Pistole. Ja. 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 Nein. Ah, der hat ne fette Waffe, alter. Ich hab den Gefäfferspray, der dürfte eigentlich nichts mehr sehen. Ja, ja, ja. Geh. Der gibt sich, der gibt sich. Komme. Ach krass, wir haben Gasmasken, alter. Batsch, ich hab den getreten, alter. Was zum... Ich hab auch einen Schuss abbekommen. Äh, linker, nee, rechter Arm. Was muss jetzt aber A sein. Alter, geil. 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 Ja, wenn, 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 äh... ich die vorher die Pfefferkugeln verballert hätte, hätte ich auch keinen Schaden genommen. Die Pfefferkugeln sind auch geil. Auf jeden Fall behalte ich. Hm. 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 Aber ist es dann gegen Zivilisten nicht, nicht stödliche Gewalt? Hm. 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 Oh, jetzt habe ich fast Granate gebrochen. Hm. 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 Ja, ne, die Scheiße geht nicht schon. Ja, was ist denn? Auf jeden Fall. Was müssen wir machen? Suspects haben einen Foothill. Hands up! Hands up! F*** you! Hände auf! Fuck you! Hände auf! Fuck you! Arms outstretched! Fuck you! Fucking cocksuckers! Okay, I'm getting down, I get it! Got them all caught and secured. Hurry up and get us out of here! Please! Copy entry team! Warte mal, was steht denn an der Tür? This is for adults only. Guck mal durch die Tür. Okay, okay. Lass mich das machen. Geh weg! Geh weg von der Tür! Alter! Schüsse! Hände auf! Geh weg von der Tür! Geh weg von der Tür! Jetzt! Hände auf! Hände wo ich ihn can see! Der war hier. Ja! Ist nichts passiert. Pfefferkugel getroffen! Hände auf! Hände auf! Auf die Hände! Ja, mach ich. Geh zu ihm. Nee, ich hab den nicht getroffen. Ich geh grad zu dem, ja? Nee, ich guck doch da an die Wand. Ich hab dahin, dahin, dahin geschossen. Ich hab den nicht getroffen. Ich hab Glück gehabt. Vielleicht hab ich ihn einmal am Körper getroffen. Danila Voll, Video. Ah ja. Was da wohl abgeht in dem Video. So, geh mir in die Tür rein. Guck mal grad da durch. Ich geb dir Deckung. Ah, okay. Ich geh vor. Ist noch ne Tür. Ist clear. Hier geht's bestimmt raus. Geht's auf nem Balkon? Ja, ja, geht auf nem Balkon. Ich geh mal durch. Oh, so. Okay. Sollen wir hier rausgehen? Dann nach rechts. Okay. Hier können wir nämlich in den anderen Raum gehen. Soll ich reingehen? Soll ich reingehen? Tür ist zu. Hier ist eine Tür. Hier ist ein Bett. Sieht aktuell clean aus. Ich geh mal rüber. Guck mal auf die Tür hinter uns. Hier ist ein Zivilist. Ohne Waffe. Okay, clean. Jetzt den gerade sichern, dann gucke ich auf die Tür. Okay, next. Ich gehe durch. Ja, ich warte auf dich. Ja. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ich mache die Tür auf. Jetzt. Was denn? Alter. Hier sitzt einer auf dem Boden. Hier waren wir schon. Guck mal, wie ich daneben geschossen habe, Alter. Guck dir mal die Wand an. Guck mal, diese Tür da, die hat so ein Sicherheitssystem. Guck da mal durch. Da ist doch mit Rüchse eine Bombe rechts, ne? Hast du gehört? Ah, nee, das ist eine Türinkel. Guck auch mal links. Guck mal links in die Tür. Okay, erst links oder rechts? Warte. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer. Ich denke mal mit einem Bad. Hier ist keiner. Oh Mann, ich will die Scheiß-Tür aufmachen. Hast du ihn erschossen? Dann kommt er jetzt hoch. Dann jetzt in die Tati, oder? Ich glaube schon. Da ist er. Einer ergibt sich. Bist du bei mir? Ja, ja. Ja. Du hast den nicht getroffen. Der ist nicht verletzt. Weil der nicht blutete. Ah ja, ich sehe es jetzt auch. Naja. Er hat sich nicht ergeben. Ja, unten. Ich kriege die Scheiß-Tür nicht auf. Clear. Von wo? Von wo? Ja, dann lass mich mal vorgehen. Okay. Da ist einer. Okay, pass auf. Who's there? Fuck. Alter, direkt an der Dingens. Alter, Wichser. Ah! Direkt an der Säule. Denk dran, die sind zu zweit. Lass sie kommen. Der ist direkt... links. Direkt links. Direkt hier links rein. Boah, ist das scheiße. Hinter der Säule stand der, Alter. Alter, was ne scheiße. Oh Gott, oh man. Willst du dich nicht mehr umdrehen? Da ist er doch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Weil die waren beide, glaube ich, schwarz. Da ist noch eine. Was ich... Na, da ist noch eine. Nach mir geht's. Achill. Wasser, Entry Team. Notify... Officer down. Ready, evac. Affirmative Entry Team. Recht, Eliminate. Oh, ja. Come on, come on, come on. Kaiser. Das ist auch hier. Okay, jetzt schlau. Schlau im Leben. 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 Amen. What the fuck am I doing? Oh, that's the one who shot you, who shot you. Die Frage ist, wie viel gibt es da noch? Da war einer. Must. Abstrakte Kunst. Sieht KI generiert aus. Meine ersten Bilder sahen auch so aus. Da lacht er. Ich mach das ernst. Alter, das war krass, ne? Ekelhaft. Wir mussten Hard Drive suchen. Und ein Laptop. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Schieß mal ein bisschen rum. Mach mal ein bisschen Feuer. Dann gehst du mal hinten die Treppe runter. Dann gehst du mal zur Party. Ich hoffe nicht. Ich glaube das ist ein 18. Alter. Du versaust die Party einfach. Ne. Was mein Kollege von mir erzählt hat damals. Da hat er noch bei seiner Mama gewohnt. Wie gesagt das war in Berufsschulzeit. Und da saßen die Sonntags am Frühstückstisch. Und auf einmal laufen SEK Beamte durch deren Garten und stürmen das Nachbarhaus. Das ist krass, ne? Ich hör vor, du sitzt einfach am Frühstückstisch noch mal laufen. Da beamtest du durch den Garten, Alter. Ne lebt noch. Da ist noch einer. Ja, du bist für mich ein krasser Aimprofi auf jeden Fall. Ich glaube du wärst auch ein guter Veilo Spieler. Das ist eigentlich ganz witzig. Ohne Scheiß. Ja, ist okay. Das ist ja nur ein krasser. Ja, 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 verstehe ich, ja, okay, ja, ich auch nicht, toll, alter, hat er die Tür aufgetreten, da ist bestimmt der Laptop drin, alter, wir haben 7 von 13, bei mir ist das auch übelst warm geworden, alter, aber ich find's eigentlich ganz geil, weil, äh, weil, ähm, wie viel? Alter, crazy, weil, weil ich mach mal grad den Vorhahn auf, damit die Wärme rauszieht, das Ding ist, am Avatar das geile ist, du hast halt den Hintergrund nicht, da ist es scheißegal, was im Hintergrund laufen, was passiert und so, das ist ganz cool, soll man noch ne Runde spielen, oder soll man auch hören? Ohhhhhhhhhh Hhhhhhhhhh Mhmmm Kennst du die Pfefferkörner? Kennst du die? Die Serie von damals Räuber und Bangster räuber und verbrecher wir sind da wo keiner ist wir jagen die ganoven in die flucht das kennst du auf jeden fall ist auf kika oder super rtl gelaufen früher das war so eine detektiven serie aus hamburg und die eine davon ist die sängerin von diesem whiteberry lele irgendwas mit schuba weil der das lied kennst du aber doch das kennst du hundertproben warte kurz was komplett viral gegangen ist das kennst du ja ist gut ja ja ich verstehe schon ist gut ist nicht schlimm man muss aber nicht immer alles kennen ich will imos ich will dalas ich will stoki wie bei marvel ja ist ok ist meine ahnung jetzt halt die schnauze sonst kriegst du sie fick ich dir eine rein ich will imos ich will dalas ich will fliegen wie bei marvel ich habe hunger also gib mir alles vom biff ich will ein haus für meine mama an der küste von katania alter dein ernst wir haben pfefferkugeln ja super klasse das ist eine tolle idee wir gehen rein das problem ist du musst tatsächlich auf die fresse schießen ne auf dem körper funktionieren die nicht hat bei mir nicht funktioniert das ist das ist Was ist das? her das ist nicht so gut ich hab mich geschossen Hände auf! Alter der hat mich trotz Schild erschossen, was? Alter ich hab mit Wie kann er mich mit Schild One-shotten? Versteh ich nicht Ficken Ficken Die Team Die Team Die Team Ich brauche Hilfe hier! Ich brauche die Hände auf! 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 ich komme ich komme ich komme wo bist du okay ich bin da was soll ich tun bleibt man dann bei der tür stehen bleibt mal hier ich gehe gerade die zivilisten fesseln ok ich gehe kurz die zweite geisel ich weiß nicht ob hier auch einer war alter sieht nicht so aus ich fessel gerade die geisel dann komme ich wieder dann gehen wir weiter bist du getroffen worden ich mache jetzt hier die tür auf ja du hast ihn getroffen du hast ihn getroffen der blut aber hier ist ganz hinten durch ok ich lauf mal durch ist auf jeden fall nicht mehr hier alter du dummer hurensohn hast du gesehen was er gemacht hat ja alter der bastard also doch aber ich habe mich die blutung ist gestillt hat mir glaube ich ins bein gestochen oder so aber bei mir ist nichts rot ich habe ihn leider erschossen tut mir leid ich habe ihn mit dem ich gucke mir kommt noch einer haben ins bein geschossen da hab ihn ahne ist eine zivilistin scheiße was ist er wo ist der hin ja also wo ist der hin die rede doch nicht die bewegt sich nur jaja doch macht ihn ich sehe das doch im stream alles kommt auf an wie ich sitze ist jetzt gerade ein bisschen scheiße ja 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 ich wollte auch normalerweise mache ich das mit nvidia ich habe hier aber mein stream auch aktuell über meine nvidia karte läuft und das spiel auch ist es ein bisschen viel dann habe ich irgendwie input lags deshalb muss ich das gerade ausschalten also das ist wieder viel zu groß ich sehe ein alter wie kann das sein alter ich habe den 15 mal getroffen weiß ich nicht sehe ich jetzt ja auf jeden fall also da waren noch elf leute ja das war geil die waren wir besten sind ja ich habe tricks auch mal ein paar emojis hier ja youtube youtube es kommt ja auch aber es kommt auf an ich habe halt so gewisse musik kann sage ich also rapper und so den ich folge und so kriege ich neue musik ja ja mir auch aber das wäre bei spotify aber dass da kommt nicht viel warum weil es eigentlich immer dieselben sind und und Auf jeden Fall. Oh. Hast du auch nicht geschossen? Warum bin ich denn rot? Du hast mich erschossen, du Wichser. Du bist direkt weggegangen, ja, ich bin direkt weggegangen. Ja, da haben wir uns mit dem Rambeck gekillt. Ich bin direkt weggegangen. 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 Warte mal. Ah ne kann ich gerade gar nicht. Scheiße. Er ist sexy. Sexy man. Sexy boi. sexy boy boy sexy ha so also so als er mäßig die rüstung ist richtig gut ach so aber übelst nice auf jeden fall doch bestimmt hast du mal ausgemacht bei dir ach so ja ja ok weiß ich nicht jetzt ist es viel besser guck mal gerade in mein stream rein weil ich jetzt das in video anhab und das funktioniert viel besser aber ich müsste auch die cam anders stellen damit er das besser kennt ich kann das auch mit meinem handy koppeln dann ist das noch besser weil dann hast du so ein 3d mäßiges gesicht wegen dem face id weißt du weil jetzt habe ich nur so zehn punkte um den mund rum und auf die augen die augen rum das funktioniert nicht so perfekt also naja mal sehen ja sexy boy so jetzt rein in walo das ist kein zuckerschlecken ja das ist halt so mal gewinnt man mal gewinnen die anderen verliert man mal gewinnen die anderen ja ja ready or not here i come you can hi i wanna find you ich habe richtig reingesuchtet in in Hearthstone yeah man Crazy reingesuchtet Das ist tatsächlich, ja. Ja, aber das ist schwierig. Ich freue mich auf... Ich werde auf jeden Fall Diablo mit hier zocken. Das wird auf jeden Fall mega. Also ich würde es auf jeden Fall streamen. Aber ich werde, sag mal schnell, nicht auf den Chat oder so. Also ich werde das ausmachen, weil ich tatsächlich... Also ich werde mal, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie eine Pause machen oder so, da mal reingucken. Aber ich werde jetzt nicht aktiv dann anfangen, mitten im Game da mit dem Chat zu labern, wenn da einer reinkommen sollte, so mäßig. Weil ich... Weil das macht mir die Atmosphäre kaputt und da habe ich keinen Bock drauf. Da, ja. Weil ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall die Atmosphäre mitnehmen und ja. Yes. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe auch noch andere, warte mal. Ich habe mir schon gemacht. Nee. Ich habe noch den hier. Warte. Ich weiß nicht, ob das geht. Fuck, hat das jetzt abgestürzt? Nee, hat geklappt. Weiß ich nicht, aber habe ich gemacht. Ach krass. Findest du mal ein neues Tier? Ja, das war so geil. Ja, ich war auch dran mit meinem komischen Bild. Ich glaube, mit dem Avatar werde ich, äh, ähm, ähm, ne, mit dem hier werde ich wahrscheinlich, das finde ich, das fände ich glaube ich cool, wenn ich die, ähm, wenn ich krypto mäßig irgendwas machen. Ja, das ist komisch. Ja, das ist blöd. Der ist geil. Alter, den nehme ich fest. Pass auf jetzt. Yeah. Yeah, yeah. Ja, ja. Richtbehindert. Richtbehindert. Ah, doch, das ist was für dich. Das ist geil. Aber ich glaube, das ist 2D. Ah ja, das ist nur 2D. Alter. Ah, ja. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist es. Warte, das ist es. Yeah. 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 Ja. Weil, wie gesagt, die Kamera ist, äh, warte mal gerade. Ich mach mal halt Fullscreen. Kann ich das sehen. Aber das sieht dann, ja, das kannst du glaube ich nicht sehen. Da siehst du die Punkte. Da siehst du auch mich, wie ich aussehe. Da. Ja, kommt noch. Ja, aber das ist so wie die... Oh, sein. Oh, der sieht auch böse aus. Alter. Oh, der sieht auch böse aus. Ich glaube schon. Also das glaube ich schon tatsächlich, weil die ja von Vögeln abstammen. Kann ich mir das... Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Macht ja auch mehr Sinn als so eine nackte Haut. Dass die das mit den Krallen quasi da so Flügel quasi dran waren. Warte mal. So halt, hier so. Guck mal im Stream. Ja, nicht richtig Flügel. Nicht richtig Flügel, aber sowas in der Art halt. Cruisen wir ein bisschen. Ja, ja, ja. Das ist ein Game Pass, oder? Ja, ja, das ist ein Game Pass. Ja, das ist ein Game Pass. Okay, das ist... Das ist irgendwie alles nicht so geil. Das ist tatsächlich mit diesem On Air irgendwie am besten. Keine Ahnung warum. Ach krass, warte mal. Boah, wenn das funktioniert, das wäre crazy. Boah, chillisch. Boah, chillisch. Boah, chillisch. Ja. Ja. Ja, ich nehme... Das ist aus meinem Design. Aber ich nehme jetzt den hier, das ist besser. Yeah man. Ne. Obwohl Payday... Da spielst du doch diese Räuber oder sowas, ne? Ja, ja, das habe ich gespielt, ja. Hast du Bock, dass ich eine Runde Vaylo spiele? Guckst du? Ach so. Ohhhh. Hm. Geil. Auch eine gute Sache. Ne, das war ja nur eine Idee. Alter, das war so unfassbar. Also das ist unfassbar. Ja, das ist unfassbar, Alter. Vor allen Dingen, ohne dass er dich gesehen hat, ballert der da hin und das ist so. Und dann durch die Wand auch. Also... Ne. Das ist es. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, das ist krass. VeloRent ist sehr beliebt. Velo und League of Legends ist aktuell wieder sehr im Hype. Ja, ja. Da soll ja jetzt auch irgendwie ein Single-Spieler-Game kommen, ne? Ja. Ja. Also zumindest von den Machern auf jeden Fall. Habe ich heute noch gehört? Ich mein, GameStar war das, die haben das gesagt. Wer meinst du jetzt? So. Na, da. Na, da. Na. 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 Oh nein, was mach ich denn jetzt noch? Nee, hab ich gar nicht installiert. Echt? Dead by Daylight? Wieso das denn? Okay, warum? Jetzt ernst gemeint, weil eigentlich dachte ich, du hast ja gar keinen Kontakt zu anderen. Okay, aber was ist jetzt... Achso, okay, aber was hat das jetzt... Aber wieso ist das dann toxic? Achso, ah, okay. Ja, okay, das ist scheiße, ja. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich hier voll viele Leute sagen, ja, hier, Sea of Thieves, mega geil. Ich hab das einmal angefangen und da waren in diesem, ja, bei dem Startgebiet war einer mit, oder mehrere mit so einem großen Schiff, die haben diese ganzen Neulinge direkt weg, immer weiter weggeschossen. Du kamst nicht mal... Nicht mal aus der Stadt raus. Das hat mega abgefangen, hab ich das direkt wieder deinstalliert. Ich frag mich, ja, sowas ist heute auch mega unnötig. Also fast wie bei LOL. Ähm, tatsächlich nicht, ne. Das hab ich aber auch schon mal gehört, ja. Ja. Ich hab mal, ähm, gehört irgendwie, das hat ein Streamer als Vergleich genommen, der hat gesagt, ähm, wie soll man irgendein großes Projekt starten, wenn man noch nicht mal alles auf einem, wenn nicht mal alle auf einem Server vernünftig miteinander spielen können bei Rust. Rust meine ich ja, ja, ich hab ich versprochen. Ne, das meine ich nicht. Ich mein Rust. Klar. Lalalala, keine Pali. Was für ein Ding? Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. 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 Jemen ich weiß zwar nicht was es heißt aber es klingt ganz hübsch Das war echt krass Ja der hatte irgendeinen Lungenkrebs Was soll ich dir sagen alter der war fertig einfach Der hatte aber auch irgendwie einen Manager habe ich gehört Der hatte irgendwie hat er damit auch noch Alter das muss ich jetzt nochmal angucken Ich dachte wir gucken jetzt zumindest noch Ich bin ein super Kumpel bin gern für alle da auch wenn Nachbarshund mal raus muss gehen wir halt Gassi wunderbar Das klingt gar nicht verkehrt Ich hätt ne Meise das ist mir völlig klar Ich liebe dich oder so Doch jetzt sag ich euch wirklich wie ich bin und immer war Ich bin doch lieb und hab die Haare schön Ich bin witzig nett und sexy und ganz selten nur obszön Ich bin doch lieb Ich sag dir ehrlich das klingt gar nicht schlecht Ich liebe äh ich bin doch lieb Naja ich gucke es ja gerade im stream Ich bin so super trooper duper und auch so bushy bushy schön Faulenzen und gammeln ist ab jetzt vorbei Der aussieht alleine alter Ich bin wieder über dies und allerlei Schwere Steine heben ist nicht meine Welt Da lern ich lieber singen und komm weg vom Stempel Geld Ich bin doch lieb und hab die Haare schön Ich bin witzig nett und sexy und ganz selten nur obszön Ich bin doch lieb so schnucklig anzusehen Ich bin so super trooper duper und auch so bushy bushy schön Ich finde das echt nicht verkehrt Also ich kann mir das vorstellen dass es am Ballermann läuft Weißt du was ich bei dem gerade denke alter Der hätte das auch machen müssen Mit dem streamen alter Ja Einfach nur sei Ohne scheiß Einfach nur sein blödes leben einfach äh Wie der da sitzt und raucht Da hätten dem Schwere Ohne spaß der hätte so viel geld gemacht Der klügere Kippner Das kippt ab Herzlich Willkommen zum großen Hallo Yo ciao ich wünsch dir was Ciao 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 Hallo meine lieben Und zack das nächste glas Und prüft die Leute nennen mich Boah ey das kann ich nicht geben Das ist das schlimm So Da gehen wir jetzt in den end screen Reicht dann auch für heute So Das ist das Das ist das Amen. 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 Amen.